Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts. Alpcast Episode Nummer 21, ihr wisst Bescheid, der Podcast für Bergsteigerinnen und Bergsteiger. Heute lautet der Titel der Episode, wenn sie erlauben. Ja und ob man das S jetzt groß oder klein schreibt, das ist ein kleiner Wortwitz, da kann man sich jetzt selbst entscheiden. Vielleicht wissen wir aber am Ende der Podcast Episode, welches Sie, ob wir hier das formelle Sie oder die Mehrzahl eher brauchen können. Naja, jedenfalls hoffe ich, ihr hattet eine wunderschöne Woche wie immer und auch, dass die nächste Woche für euch rosig aussieht. Tja, das Wetter ist ja definitiv eine spezielle Sache, wie dieser Mai bisher auch schon gezeigt hat. Es ist kalt, es ist windig, es ist sehr regnerisch bzw. es schneit in den hohen Lagen. Das bedeutet, wir haben weiterhin winterliche Bedingungen, was wiederum bedeutet, dass wir fürs Hochgebirge auch weiterhin Ski- oder Schneeschuhe brauchen können, ob man das jetzt will oder nicht. Also ich persönlich ja eher nicht, aber tja, was soll man machen? Man muss sich eben damit abfinden. Heute sprechen wir über das Thema Permits, Zugangsbeschränkungen, Obergrenzen. Alles so Wörter, die sind wunderschön, also oder eben auch nicht. Aber es ist schon irgendwie etwas, naja, ein spezielles Thema, denn wir sind eigentlich, und so gibt es das Gefühl auch immer her, nicht wirklich direkt von sowas betroffen. Es gibt keine Obergrenzen am Berg, es gibt keine Permits bei uns am Berg und es gibt auch nicht wirklich Zugangsbeschränkungen, höchstens vielleicht, dass man irgendwo mal etwas Geld abdrücken muss, um die Maut zu bezahlen für irgendeine Hochalpenstraße oder so. Aber im Prinzip sind wir ja sehr frei in den Bergen und deshalb ist das irgendwie einfach auch kein sehr sexy Thema, wenn man über Dinge spricht, die irgendwo am anderen Ende der Welt passieren. Also wir beschäftigen uns ja auch nicht jeden Tag damit, dass alle vier Sekunden ein Kind verhungert oder so irgendwo auf der Welt. Das sind Dinge, die sind so weit weg, dass sie uns in der Regel gar nicht beschäftigen. Und das persönlich stört mich unglaublich, denn wir sollten uns auch mit den Dingen beschäftigen, die sehr, sehr weit weg sind, eben weil sie vielleicht eines Tages auch uns betreffen könnten. Und wenn wir mit großer Vorsicht in andere Regionen der Welt schauen, können wir so ein bisschen, naja, einlenken oder zumindest uns Maßnahmen zumindest in theoretischer Form überlegen. Und auch die Alpen, die haben keinen direkten Vertreter, die haben keine Gewerkschaft und auch keinen Betriebsrat. Und allein das macht es schon so schwierig, über die anderen Regionen der Welt zu reden, denn die Alpen per se machen sich über gar nichts Sorgen. Die sind einfach nur da. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, was sollte uns denn Sorgen bereiten? Also Zugangsbeschränkungen, Obergrenzen, Permits und so weiter. Das ist ja bei uns überhaupt nicht absehbar. Und ja, behaltet das mal so im Hinterkopf. Ich werde später dann nochmal dazu kommen, wie absehbar oder nicht absehbar das ist. Aber vielleicht schauen wir uns kurz mal diese Situationen eben an in den anderen Regionen der Welt. Es gibt da einige, auch sehr junge Neuigkeiten, die die Situation definitiv etwas interessanter für uns machen. Da wäre zum Beispiel das jüngste Ereignis im Yosemite Park, im Yosemite Nationalpark in Amerika, an der Westküste. Da gibt es jetzt eine große Neuerung. Nämlich müssen Kletterer, die am El Capitan, eine Big Wall, klettern möchten sozusagen, die müssen sich jetzt um einen Permit bemühen. Und bemühen heißt in dem Fall einfach nur anmelden. Es geht nämlich in diesem Fall um eine Art Testbetrieb. Man möchte austesten, wie viele Kletterer im Yosemite Park unterwegs sind, zum Big Wall klettern, wie viele Tage sie dort verbringen sollen und so weiter. Und zumindest wird das nach außen hin so verkauft, als wäre das der Sinn. Aber man sollte da definitiv sehr, sehr hellhörig werden. Denn nur weil irgendeine offizielle Stelle oder ein Parkbetreiber oder ein Bundesstaat sagt, wir machen das aus diesen und jenen Gründen, heißt das noch lange nicht, dass das auch tatsächlich die inoffizielle Begründung dafür ist, sondern es lautet im Prinzip eigentlich nur das Credo, dass man es den Menschen irgendwie verkaufen muss. Und die Verkaufsstrategie, die ist mir persönlich eigentlich ziemlich wurscht. Ich will wissen, was da wirklich dahinter steckt. Und wenn man sich ein bisschen mit den Leuten, die viel in diesen Big Walls im Yosemite Park unterwegs sind, auseinandersetzt, wenn man vielleicht auch den einen oder anderen Kontakt dorthin hat und ich habe mit ein paar Leuten aus der Gegend geschrieben, die viel dort klettern, dann, ja, da kommt man dann schon eher in die Richtung, dass das, was die offizielle Seite sagt, ziemlicher Bullshit ist. Nämlich ist die eigentliche Begründung, die inoffizielle Begründung dafür, dass man in, ja, sobald dieser Testbetrieb mal passiert ist, sich ungefähr überlegen will, wie viel Geld man damit umsetzen könnte, wenn man im Yosemite Valley eine gebührenpflichtige Permit einführt. Es geht also darum, dass nicht Obergrenzen erfüllt oder Obergrenzen eingehalten werden sollen. Es geht auch nicht darum, dass man die Natur mehr schützen möchte, denn dieser Overtourism im Yosemite Nationalpark, der betrifft selten die Big Wall Kletterer. Ja, es gibt sie definitiv und nicht nur vereinzelt, aber die Big Wall Kletterer sind eigentlich eine Minderheit im Nationalpark. Aber nur die Kletterer, die werden jetzt mit einer Permitpflicht belegt. Insofern ganz spannend. Was möchte man da jetzt tatsächlich bezwecken? Also der Ablauf ist ja schon mal ganz interessant, denn man muss sich für eine Permit anmelden und hat ein gewisses Tageskontingent länger, darf man dann sozusagen da nicht unterwegs sein. Und in zwei Jahren, so lange soll der Testbetrieb dauern, da soll dann quasi danach evaluiert werden, wie viele Leute waren da denn jetzt eigentlich unterwegs. Ja, das ist natürlich interessant, aber warum wollen die das eigentlich wissen? Gibt es denn tatsächlich irgendwelche großen Probleme im Yosemite Nationalpark mit den Kletterern? Und jein, es gibt ein Problem mit dem Overtourism im Yosemite Nationalpark, aber tatsächlich hat das relativ wenig mit den Kletterern zu tun. Ich möchte nicht sagen nichts, aber die Zelte und Wohnwegen und so weiter, die Campingplätze, die sind zwar gut gefüllt, aber die Kletterer bilden hier die Minderheit. Und auch in den Big Walls gibt es relativ wenig große Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen Seilschaften. Insofern, warum sieht man das jetzt als Problem? Ja, und da kommt man eben jetzt in die Bullshit-Abteilung, die quasi der politische Sprech ist und eigentlich nichts mit der Realität zu tun hat. Man möchte hier ein Bezahlsystem einführen, aber wahrscheinlich wären die Leute sofort alle auf die Barrikaden gegangen, wenn man jetzt von heute auf morgen gesagt hätte, dass man hier ein Permitsystem einführt und die Leute müssen dafür Geld bezahlen. Die Frage nach dem Hintergrund des Permitsystems, die ist ganz spannend, denn sie führt uns eigentlich weg vom Yosemite Nationalpark und bringt uns hin in Gegenden, in denen die Permits eigentlich mehr oder weniger ihre große Beliebtheit erfahren haben. Und zwar nicht unter den Kletterern und Bergsteigern, sondern unter den Regierungen. Und das führt uns eben in den Himalaya. Im Himalaya-Gebirge gibt es auf sehr, sehr vielen Bergen, vor allen Dingen in den hohen Bergen, ein Permitsystem. Das bedeutet, man bemüht sich bei der Regierung, um eine Zulassung, einen Berg besteigen zu dürfen. Diese Zulassung kostet sehr viel Geld. Manchmal mehr, manchmal weniger. Das kommt eben auch auf die Höhe des Berges und auf den Namen des Berges leider auch an. Der Mount Everest kostet zum Beispiel deutlich, deutlich mehr als die Annapurna oder, ja, welcher Gipfel auch immer, Merapik oder so. Das bedeutet, wir haben hier eine sehr spannende Entwicklung über die letzten Jahrzehnte erlebt, denn die Permits, die gibt es tatsächlich schon seit den 60ern, glaube ich. Oder 70er? Nein, 60er, 70er. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, seit den 70ern. Und dieses System sollte für die Regulierung und gleichzeitig auch für die Instandhaltung der Wege dienen. Es sollte reguliert sein, wie viele Leute unterwegs sind und es sollte auch so ein bisschen dazu dienen, die Infrastruktur des Landes zu verbessern. Es war quasi eine Einnahmequelle. Die Nepalesen damals wussten, die Leute wollen bergsteigen, also können wir auch dafür Geld verlangen. Und abseits dieser ganzen Expeditionsanbieter und Tracking-Agenturen gab es da eigentlich für den Staat keine weiteren Einnahmen. Also das waren quasi dann nur die Steuereinnahmen. Und so mit dem Permitsystem konnte man sich eine direkte Möglichkeit schaffen, Geld zu verdienen. Und das war natürlich lukrativ, denn die Leute wurden nicht unbedingt weniger. Die Permitpreise waren damals nicht exorbitant hoch, zumindest für die niedrigeren Berge nicht. Aber sie waren auf jeden Fall nicht vergleichbar mit dem, was wir heute dort vorfinden an preislichen Rahmenbedingungen. Insofern, das Permitsystem hatte einen wirtschaftlichen Hintergrund. Es ist aus wirtschaftlichen Hintergründen heraus entstanden. Jetzt ist es aber leider so, dass gerade im Westen, in Amerika, in Europa und auch in Südamerika dieses System, dieses wirtschaftliche System nicht so gut ankam bei den Leuten. Die Nepalesen hatten immer irgendwie als Argumentationsgrundlage, dass sie ein sehr armes Land sind. Und jeder hat ihnen das auch irgendwo abgekauft. Also im Sinne von, ja, es ist offensichtlich, dass Nepal ein sehr, sehr armes Land ist. Es zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Und deswegen wusste jeder, hatte jeder ein gewisses Verständnis dafür, dass das Land irgendwo auch Geld verdienen musste. Ironischerweise wurden diese Einnahmen bis heute eigentlich nie wirklich für etwas infrastrukturell Relevantes gebraucht. Die nepalesischen regierungs- und politischen Bedingungen sind katastrophal. Also es ist quasi eine Chaosregierung, die sich an solchen Dingen einfach schlichtweg bereichert. Aber das ist eine ganz andere Thematik. Darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Die Sache ist nur, also die Nepalesen hatten immer irgendwo eine, ja, Argumentationsgrundlage. Auch die Pakistani hatten eine. Denn auch die haben für den K2 oder den Nanga-Pabat Permit-Systeme eingeführt. Bei den Nepalesen hat das auch funktioniert. Und Pakistan ist jetzt auch nicht gerade das reichste Land der Welt in dem Sinne. Insofern, das hatte immer irgendwie Hand und Fuß. Jeder hat ihnen das quasi abgekauft. Jeder war damit einverstanden. Und die, ja, die Europäer und die Amerikaner, die Nord- und Südamerikaner, die quasi mussten ihre Berge weiterhin besteigen lassen und haben daran keinen Cent verdient. Und das hat die verständlicherweise natürlich gestört, dass in Asien plötzlich so viel Geld verdient werden kann. Die Chinesen, die Nepalesen, die Inder und die Pakistanien haben plötzlich Geld verdient mit der Tatsache, dass in ihren Ländergrenzen ein Berg steht. Und das hat die natürlich alle irgendwie angefuchst. Interessanterweise kam dann Südamerika dazu. Und Südamerika ist insofern interessant, weil die auch noch irgendwo diese Argumentationsgrundlage hatten, dass sie relativ arme Länder sind und dass die Anden dementsprechend, naja, auch reguliert werden sollten. Man hat da dann schon angefangen, erste Argumente dafür zu finden, warum man das neben der Einnahme für die Wirtschaft brauchen könnte. Beim Aconcagua zum Beispiel ging es darum, dass man ja schon sehr, sehr gut besucht ist und man möchte natürlich irgendwo die Zahlen der Besteigungen regulieren, damit der Berg nicht überfüllt ist. Dass das nicht funktioniert, das weiß man heute alles. Und ich glaube tatsächlich, dass die Südamerikaner tatsächlich noch diese Intention hatten, denn sie waren die Ersten, die versucht haben, mit diesem, ja, heute würde man fadenscheinigen Argument sagen, mit diesem Argument, dass man eben die Zahlen regulieren möchte, um den Berg nicht zu überlasten. Die haben das, glaube ich, damals tatsächlich geglaubt, dass das funktioniert. Und das war tatsächlich damals auch ein Ansatz neben den wirtschaftlichen Aspekten. Und es war ein gutes Argument dafür, dass die Leute das akzeptiert haben. Und diese Akzeptanz, ja, die hat man eben verstanden, dass die, also die hat man am Rest der Welt, hat man verstanden, dass die Südamerikaner irgendwie sich keine Feinde damit gemacht haben, dass sie jetzt plötzlich für ihren Berg Geld verlangen, der zuvor kostenlos zu besteigen war. Und das Spannende ist jetzt, dass immer mehr Länder dann auf diesen Zug aufgesprungen sind. Afrika, Tansania zum Beispiel, ist irgendwann sogar so weit gegangen und hat gesagt, man darf diesen Berg ohne Porter und ohne Guide gar nicht mehr besteigen. Also da wurde es dann richtig dreist. Aber auch Tansania könnte man sagen, okay, die sind wirtschaftlich so in einer miserablen Lage, dass man hier quasi das Nepal-Argument wieder vorschieben könnte und sagen kann, ja, gut, die könnte man auch wirklich wirtschaftlich unterstützen, wenn man den Berg unbedingt besteigen will, dann zahlt man das und man muss kein schlechtes Gewissen haben, denn die Leute werden dafür bezahlt und die Leute haben eine Lebensgrundlage etc. Aber jetzt gibt es eben Berge und neue Regeln für gewisse Berge, die schon lange in und unter der Permit existieren, die das Ganze irgendwie, naja, die machen die Argumentation fast schon etwas mühsam zu hören. Und so zum Beispiel eben im Yosemite Nationalpark. Es gibt keinen Grund, zumindest bei den Leuten, die ich gefragt habe, tatsächlich eine Permit einzuführen, tatsächlich Anmeldungen und Regulierungen einzuführen. Es gab nie große Probleme auf den Big Walls. Ja, es gab eben zu viele Kletterer. Aber mit einer kostenlosen, wie es jetzt eben noch der Fall ist, mit einer kostenlosen Permit werden es ja nicht unbedingt weniger. Das bedeutet, irgendwo wird es definitiv den Hintergedanken geben, dass man eben nach zwei Jahren überlegen kann, ob es dieses System wert ist, dass man so viel Geld abschöpft, dass es eben lukrativ ist, Permits einzuführen. Und ja, ich glaube, dass das ein tatsächlich großes Problem auch für unsere Alpen werden könnte. Vielleicht nicht unbedingt heute oder morgen, aber in näherer Zukunft. Kommen wir aber nochmal kurz zurück nach Nepal. Denn hier haben die Permit-Ideen und die Permit-Ansätze auch ein großes Schatten, eine große Schattenseite, die zweite Seite der Medaille, könnte man sagen. Und diese zweite Seite der Medaille ist es, dass dieses System unglaublich korrupt ist. Und das ist vielleicht auch etwas der Armut und der politischen Instabilität des Landes geschuldet. Aber es ist Fakt, dass man sich einerseits die Permit natürlich ganz regulär kaufen kann, aber wenn man die richtigen Connections hat, auch gefälschte Dokumente für deutlich weniger Geld finden kann und so weiter. Das sind Informationen, die ich aus erster Hand habe und nicht irgendwie eine Verschwörungstheorie. Es gibt diese Agenturen, die für einen billiger die Permits einkaufen können. Es gibt Agenturen, die sind bei dem Staat, also bei der Regierung, bei der nepalesischen Regierung, bevorzugt und bekommen diese Permits dann für weniger Geld, geben die Kosten, aber dann vollständig an den Bergsteiger weiter, also die Agentur. Und das sind Abläufe und Dinge, die natürlich höchst unseriös sind und auch sehr stark gegen ein Permit-System sprechen. Und in Nepal funktioniert die Regulierung ja offensichtlich gar nicht. Also es gibt niemanden, der sich davon einschüchtern lässt, den Mount Everest zum Beispiel oder andere Berge aufgrund der Kosten nicht zu besteigen. Die Kosten, die tragen bei berühmten Bergsteigern sowieso die Sponsoren und ansonsten ist der Bergsport sowieso in Nepal zum Sport der Reichen verkommen. Eine Besteigung des Mount Everest für 20, 25, 30.000 Dollar leistet sich kein Autonomalbergsteiger mehr. Das leisten sich vielleicht höchstens noch die Schweizer Autonomalbergsteiger, aber ein durchschnittlicher, österreichischer, deutscher Bergsteiger wird sich das nicht so einfach leisten können. Und auch der Wert dahinter wird dadurch deutlich eher in Frage gestellt. Ist es mir wirklich 30.000 Euro wert, einen Berg zu besteigen? Naja, da spalten sich dann relativ schnell die Meinungen im Vergleich dazu, wenn es nichts kosten würde. Also irgendwo muss man schon sagen, dass die Permits natürlich helfen, den Andrang und das Interesse zu steuern. Aber in erster Linie sind die Berge trotzdem voll. Denn gerade manche dieser Berge haben ja keine Obergrenze durch die Permits erhalten, sondern lediglich, ja, den finanziellen Zusatzaufwand für die Bergsteiger. Das bedeutet, es könnten theoretisch immer noch so viele kommen wie wollen, wenngleich das am Mount Everest eben nicht der Fall ist. Am Mount Everest gibt es eine Höchstzahl, die ist aber so pervers hoch. Und diese Obergrenze ist auch erst seitdem dieses berühmte Foto vom Hillary Step entstanden ist, eingeführt. Also es ist alles irgendwie ein bisschen undurchsichtig, absurd, schlecht argumentiert und generell teilweise auch gar nicht argumentiert und gerechtfertigt. Also es ist sehr wirr. Und insofern sollte man diese Permit-Ideen schon sehr stark in Frage stellen. Denn Bergsteigen wird plötzlich zum Wirtschaftsfaktor, aber nicht nur dadurch, dass ich ein Hotel brauche, ein Lager brauche, etwas zu essen brauche und dadurch den Tourismus ankurble, sondern Bergsteigen als Bergsteigen selbst wird zu einem Wirtschaftsfaktor. Und das kann für diese ganz, ganz armen Länder wie Tansania und Nepal natürlich eine Möglichkeit sein, sich aus der Misere und aus der wirtschaftlichen Notlage rauszubuxieren. Aber das würde voraussetzen, dass die gesamten Einnahmen in irgendetwas Produktives fließen und nicht in den Ausbau des Massentourismus. Und das ist eben in Nepal zumindest auf jeden Fall zu 100% der Fall und in Tansania zumindest teilweise. Insofern könnte man jetzt natürlich überlegen, was sollten wir denn als Alternative tun? Ja, wir können im Endeffekt gar nichts tun, denn diese Berge stehen tatsächlich auf dem Hoheitsgebiet von Nepal, China, Pakistan, Indien und Co. Insofern, wir uns sind sowieso die Hände gebunden. Wir Bergsteiger können nichts anderes tun, als entweder diese Spielregeln, die finanziellen Spielregeln zu akzeptieren oder diese Berge zu meiden. Und es gibt genug Leute, die diese Berge aufgrund der Tatsache, dass sie sehr teuer sind, aber auch aufgrund der Tatsache, dass sie sehr frequentiert sind, meiden. Und das ist irgendwie, ja, fast schon schade. Denn eigentlich ist der Mount Everest ein wunderschöner Berg. Und ja, auch der Lobuche ist ein wunderschöner Berg. Und auch der, ja, fällt mir noch ein, der Island Peak und der Merah Peak. Das sind schöne Berge. Die schauen schön aus. Die sind dann von oben. Die Aussicht ist schön. Man sieht viele schöne umliegende Gipfel. Insofern ist es doch irgendwie traurig, dass man hier in den Möglichkeiten mehr oder weniger indirekt beschnitten wird. Ja, natürlich. Die Freiheitskrämpfer könnten jetzt sagen, man wird nicht beschnitten, man muss einfach nur ein bisschen sparen und dann kann man sich das leisten. Aber wir wissen alle, dass das Blödsinn ist. Und damit kommen wir jetzt zu einem Fall, der besonders interessant ist. Nämlich der Mont Blanc. Der Mont Blanc ist, klar, der höchste Berg in der EU. Wenn man den Elbrus jetzt weglassen würde, der höchste Berg Europas quasi. Und dieser Berg steht für so viel. Er steht einerseits für den gesamten französischen Alpenraum, als Paradebeispiel für einen enorm schönen Berg. Das Mont Blanc-Massiv ist unglaublich riesig und alles gipfelt eben am Mont Blanc oben am Hauptgipfel. Und jeder Bergsteiger oder viele Bergsteiger würden da gerne mal oben stehen. Ja, es gibt viele, die sagen nein, wegen so vielen Leuten. Aber ganz ehrlich, wenn keiner oben wäre, wir wollten doch alle am Mont Blanc stehen. Insofern, jeder will am Mont Blanc stehen. Und irgendwie, ja, das führt natürlich dazu, dass genau das Gleiche passiert wie in Nepal. Dass eben alle Leute hinkommen. Es führt dazu, dass die Hütten vollständig überbucht sind und so weiter. Wenn man sich zum Beispiel die Goutier-Hütte anschaut, die ist schon Monate im Voraus auf den letzten Tag hinaus ausreserviert. Es gibt keine Möglichkeiten mehr, irgendwo zu schlafen. Und das Interessante ist, die Leute, die eben sehr oft angeben, dass es in den Alpen niemals zu so etwas, wie einer Permit kommen wird, die vergessen leider oft, dass es eine Permit am Mont Blanc bereits gibt. Denn interessanterweise, und das vergessen viele, ist seit, ich glaube 2019, 2018, korrigiert mich bitte gerne, die Regel eingeführt, dass Leute ohne eine Registrierung auf einer Hütte den Mont Blanc nicht mehr besteigen dürfen. Das bedeutet, auch Tagestourengeher, so anspruchsvoll der Mont Blanc als Tagestour natürlich sein mag, dürfen am Mont Blanc gar nicht mehr unterwegs sein. Das ist natürlich die große, spannende Frage, Ist das schon eine Permit? Ist das eine Obergrenze? Oder wie sieht das eigentlich aus? In Wirklichkeit ist es eine mehr oder weniger natürlich eingeführte Obergrenze. Denn wenn auf den Hütten kein Platz mehr ist und die, ja, alle Plätze durchreserviert sind, dann hat man eben Pech gehabt. Und man darf von offizieller Seite aus nicht mehr auf den Mont Blanc. Und das kann man schon mit einem Permit vergleichen. Denn die Hütte kostet 100 Euro. Und ganz ehrlich, da kriege ich auch die ein oder andere günstige Permit in Nepal für einen unbekannteren Berg. Also, insofern ist es absurd zu sagen, dass unsere Alpen von diesem Problem noch nicht betroffen sind. Sie sind schon seit ein paar Jahren davon betroffen, nur eben über einen schöneren Umweg. Und jetzt könnte man sich natürlich, ja, humoristischerweise die Frage stellen, Ja, geht es Frankreich eigentlich wirtschaftlich so schlecht wie Nepal? Ich weiß ja nicht. Also, die Goutierhütte ist eigentlich schöner als jede Villa in Nepal, die ich so gesehen habe. Also, das schönste Haus in Nepal war immer noch deutlich blechiger und hässlicher als die Goutierhütte. Insofern, ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass Frankreich hier jetzt auch ein Problem mit der wirtschaftlichen Seite hat. Also, was ist jetzt hier die Ausrede? Naja, der Bürgermeister von Chamonix hat das mal ganz gut ausformuliert, indem er gesagt hat, dass der Massentourismus am Berg einfach zu viel wird und deshalb eine Obergrenze eingeführt werden muss. Das bedeutet, er hat das klar und ehrlich kommuniziert. Wir haben viel zu viele Menschen am Berg und deswegen muss das jetzt irgendwie reguliert werden. Er hat sich über die Sache mit dem Permit nicht drüber getraut. Ich glaube, er hatte es schon im Hinterkopf. Ich möchte ihm nicht unterstellen, aber seien wir uns mal ehrlich, ich glaube, er hat drüber nachgedacht, dass man ja auch hier einfach 100, 150 Euro pro Bergsteiger verlangen könnte. Die Massen würden doch nicht ansatzweise abreißen. Aber das ist ein Pfahl, eine Schranke. Wenn die einmal geöffnet ist, dann werden die Alpen damit zugeschissen mit Permits. Und das verspreche ich euch. Denn das System in Nepal, das kann eins zu eins übernommen werden und in den Alpen integriert werden. Österreich kriegt für alle österreichischen Gipfel eine Permit, Deutschland für alle deutschen Gipfel, Schweiz für alle Schweizer Gipfel, Frankreich für alle französischen Gipfel und die Italiener für ihre italienischen Gipfel beziehungsweise eben für die Routen auf die Grenzberge. Das würde sofort funktionieren. Das könnte man innerhalb von wenigen Stunden einfach aus Nepal übertragen oder aus dem Himalaya übertragen und in den Alpen so integrieren. Und damit wäre der freie Alpinismus natürlich am Ende. Aber darüber hat sich der Chamonix-Bürgermeister nicht drüber getraut. Man könnte jetzt natürlich sagen, Gott sei Dank, aber andererseits war es schon so, naja, wie einen großen Zeh ins kalte Wasser halten und schauen, was passiert. Und zu meinem, zu meinem, ja, zu meinem Bestürzen ist gar nichts passiert. Es gab keine Aufregung. Zwei, drei Tage haben sich ein paar Leute in den sozialen Medien darüber aufgeregt, dass es, dass es jetzt irgendwie so eine versteckte Permit oder so ist. Aber es haben die wenigsten Leute eigentlich durchschaut, dass wir hier eigentlich von einer roten Linie gesprochen haben und man hat sie einfach nur anders genannt und plötzlich war es jedem egal. Jetzt hat man eine Reservierungspflicht auf den Hütten mit entsprechender Registrierung eingeführt vor ein paar Jahren und es stört sich niemand daran. Die Hütte ist über Monate hinweg ausgebucht. Es gibt keine Möglichkeit, zum Beispiel jetzt noch für die Saison irgendwo einen Schlafplatz zu bekommen, auf der Goutierhütte zum Beispiel. Das ist vollkommen unmöglich. Es ist jetzt für mich auch nicht so interessant, aber die Idee dahinter ist gefährlich, denn der Watzmann zum Beispiel oder der Großglockner oder die Dufurspitze, aber auch andere leichte Berge im Monterosa-Massiv beispielsweise könnten über solche Dinge natürlich den Zustrom steuern. Aber es macht, es führt eine Privilegien, ja es ist eigentlich eine Art des privilegierten Bergsteigens und dieses privilegierte Bergsteigen, das ist genau das, was ich so verachte. Wer es sich leisten kann, der kann sozusagen Bergsteigen so viel er will. Die, die es sich nicht leisten können, die müssen sich leider unter Anführungszeichen mit den billigen Bergen oder mit den kostenlosen Bergen, mit den uninteressanten Bergen abfinden. Und natürlich für mich beispielsweise, ganz persönlich, sind die Modeberge ohnehin nicht so interessant. Ich bin gerne auf den einsameren Gipfeln oder auf den unbekannteren Touren unterwegs, wo ich auch noch viel selber denken muss und mich selber mit dem Weg auseinandersetzen muss, etc. Aber ich finde diese Berge trotzdem schön. Ich finde die Dufurspitze schön. Ich finde die Signalkuppe schön. Ich finde den Großglockner schön. Aber die Umstände erlauben es dann eben nicht mehr oder zum Teil eben auch heute wie am Mont Blanc den Berg überhaupt zu besteigen. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich möchte dieses Jahr auf den Mont Blanc gehen, denn es ist einfach verboten. Unter den Umständen ist es verboten. Und wenn die Hütte ausreserviert ist, dann ist sie ausreserviert und ich habe einfach Pech gehabt. Und dann komme ich dieses Jahr nicht auf den Mont Blanc. Und das ist ein Privilegienbergsteigen, was wir hier betreiben. Das heißt, wir betreiben hier Massentourismus, der erst erwünscht wird. Wir ziehen zuerst den Massentourismus in die Alpen und dann regulieren wir ihn ab, um noch mehr Kapital daraus zu schlagen. Denn dem Bürgermeister in Chamonix, natürlich ist es ihm irgendwo in einem kleinen Hintergedanken auch um die Sicherheit gegangen. Es ging darum, dass die Leute nicht mit dem Zelt irgendwo am Mont Blanc liegen sollen und dann dort erfrieren oder andere Probleme machen und die Bergrettung dann letztlich belasten. Klar, dieser Gedanke, der ist schon da. Aber das ist nicht der Grund, warum er das macht. Wer das glaubt, ist vollkommen naiv. Wir reden hier von wirtschaftlichen Gründen. Wir sprechen hier nicht davon, dass wir eine sichere Berglandschaft haben wollen. Weil wollten wir die sichere Berglandschaft, dann machen wir es wie in Tansania und sagen, wir machen jetzt ein Bergführerprinzip. Wer keinen Bergführer hat, darf den Berg nicht betreten. Punkt. Punkt. Und zum Beispiel das Matterhorn hat so eine ähnliche Regulierung ebenfalls schon gemacht, nämlich, dass die Hütte zugesperrt wird, wenn es morgens sozusagen eigentlich zum Start gehen sollte und es ebenfalls Privilegien gibt. Hast du einen Schweizer Bergführer, darfst du ganz vorne gehen. Hast du einen ausländischen Bergführer, darfst du in der Mitte gehen. Hast du gar keinen Bergführer, bist du der Letzte, der den Berg besteigen darf. Und das wird reguliert und das ist kein Geheimnis. Das geben die Offen so zu. Und ich finde, das ist eigentlich der Skandal dahinter. Wir nehmen alle ganz offen, klar, ehrlich und entspannt hin, dass unsere Berge immer weiter durchreguliert werden, weil sie angeblich überlaufen sind. Aber die Ironie dahinter ist doch eigentlich, dass das alles nichts ändert. Die Hörnli-Hütte war vor dieser Regulierung genauso voll oder nicht voll wie nach der Regulierung. Es hat sich an dem Massentourismus ja nichts geändert. Also können wir dieses Massentourismus-Argument ja auch nicht als Strohmann-Argument vorschieben, sondern wir könnten doch einfach ehrlich sagen, ja, wir wollen Geld verdienen, wir wollen am Montblanc mehr Geld verdienen, wir wollen die Leute dazu zwingen, die Hütten immer durchreserviert zu haben, damit wir keinerlei Bett mehr leer haben, um die Gewinnmaximierung immer weiter auszubauen. Ich bin gespannt, wann es erste Pläne dazu geben wird, am Montblanc weitere Hütten zu errichten. Es wird kommen. Wir brauchen uns nichts vormachen. Es wird kommen. Und die Frage ist nur, wann wird die rote Linie überschritten? Nicht ob. Es wird passieren. Also diesen Pessimismus, den müsst ihr mir jetzt lassen. Es wird passieren. Die Frage ist nur, wann wird die rote Linie überschritten? Und wann wird der erste Bürgermeister oder das erste Land oder die erste Region sagen, wir wollen jetzt eine Permit einführen und wir wollen 100 Euro für jeden, von jedem Bergsteiger, der, keine Ahnung, den Watzmann besteigen will. Es wird definitiv eines Tages kommen und ich habe Angst davor, denn es macht das Bergsteigen zu einem Privilegienbergsteigen. Es macht, ja, es führt wieder dieses Problem ein, das man in Nepal hat, dass Leute nicht mehr qualifiziert sind, in die Berge zu gehen, sondern nur mehr finanziell dementsprechend ausgestattet sind. Und damit könnt ihr auch übrigens euch, also alle Leute, die das immer so befürworten, euch auch das Argument in die Haare schmieren, dass es sich hierbei um Sicherheit handelt, die man hier dazu kauft, unter Anführungszeichen. Denn diese Regulierungen werden oftmals damit begründet, dass man den Berg sicherer gestalten will und dass man dementsprechend, ja, in gewisser Weise weiß, wer da oben unterwegs ist und dann auch eine Auslastung der Bergwacht oder der Bergrettung dementsprechend verhindern kann oder zumindest nur bis zu einem gewissen Grad zulassen kann, weil man ja eben die Anzahl der Bergsteiger damit limitiert. Das stimmt nicht. Die Bergsteiger werden immer unqualifizierter, denn es geht nur noch ums Geld. Jeder darf die Berge besteigen heute. Aber heute besteigen eben 80% der Leute die Berge, die dementsprechend qualifiziert sind, die sich selbst weitergebildet haben, die dementsprechende Erfahrungen gesammelt haben und dann eben auch die Fähigkeiten haben, den Berg sicher zu besteigen und niemals oder nur ganz, ganz selten ein Fall für die Bergrettung werden. Wenn wir nur noch von reichen Leuten sprechen, dann wird die Schnittmenge zwischen sehr, sehr finanziell sehr, sehr gut ausgestattet und dementsprechend das Bergsteigerisches Können, sehr, sehr klein ausfallen. Das werde ich euch garantieren. Und der Rest wird einfach eben nur reich sein und ein bisschen gelangweilt. Und die sind deutlich gefährlicher als die normalen Bergsteiger. Insofern fadenscheinig ohne Ende. Egal welches Argument man vor die Permits, die Zulassungsbeschränkungen, Zugangsbeschränkungen und Obergrenzen setzt, es ist immer ein blödsinniges Argument. Lasst unsere Berge in Ruhe.